Hier präsentieren wir die 5 besten Kaffeemühlen-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Rommelsbacher Kaffeemühle EKM 200. Diese erstklassige Kaffeemühle mit einer stilvollen, hochglänzenden Kunststoffimmobilie sowie einer attraktiven Edelstahl-Applikation ist ein Hingucker in jedem Kochbereich. Der Bohnenbehälter mit Sicherheitsaroma-Abdeckung hält die Bohnen aromafrisch. Die Scheibenmühle aus Edelstahl ist hervorragend verfeinert. Dank des elektrischen Antriebs sind 9 verschiedene Schleifstufen möglich. Auf diese Weise können Sie leicht groben Kaffee oder feinen Espresso zumachen. Sie haben die Möglichkeit, Pulver für 2 bis 12 Tassen zu machen. Nummer 4. Kladronik KSW 3306 ist die elektrische Kaffeemühle mit Hammergerät. Hat Edelstahl-Klingen sowie eine Fähigkeit von 40 Gramm. Mit dieser Kaffeemühle erhalten Sie jeden Tag frischen Kaffee. Das erschwingliche Gerät verfügt über einen elektrischen Schlagschleifer, der aus Edelstahl gefertigt ist. Wenn Sie länger mit der Schleifmaschine malen, wird aus Ihrem Kaffeepulver 1. Dank der Sicherheitsschaltung können Sie Ihr Kaffeepulver ohne Abstürze erstellen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Hario MS CS 2 DTB Skerton Plus Seramik Kaffeemühle. Die manuelle Kaffeemühle hat einen rutschfesten Boden sowie eine abnehmbare Basis. Diese Mühle hat einen konischen Schleifer aus Keramik. Der Artikel ist aus diesem Grund geeignet für Espresso und auch Filterkaffee. Durch seine leichte und auch Handlichkeit kann dieser Schleifer problemlos verstaut werden. Nummer 2. Solis 960,77 elektrisches Kaffeemahlwerk. Die Solis Mühle ist mit einer kegelförmigen Mühle ausgestattet, die elektrisch angetrieben wird. Sie können von verschiedenen Grins profitieren, um Ihren Kaffee auch tastiert zu machen. Mit dem Drücken eines Schalters können Sie Ihr Kaffeepulver in 13 verschiedenen Phasen malen. Es gibt ein Rat, um den Schleifgrad einzustellen, das zusätzlich die Menge des zu produzierenden Pulvers verwaltet. Die Leistung der Kaffeemühle beträgt 160 Watt und ist auch aus diesem Grund durchschnittlich. Übrigens, wegen der kurzen Verwendung des Werkzeugs, ist die Effizienz von zweitem Wert. Und die Nummer 1 unserer Liste. Gräf Kaffeemühle Zentimeter 800. Präzise Schleifgradeinstellung, Grundbedienung, optimales Schleifergebnis. Die Kaffeemühle Zentimeter 800 von Gräf. Mit der Kaffeemühle Cantimeters 800 präsentiert Gräf die nächste Generation von Kaffeemühlen. Die aromaspaarende sowie langsame konische Mühle der Kaffeemühle ist aus Edelstahl gefertigt. Die 40 verschiedenen Niveaus des Schleifens sind ein Vorteil, da sie es Ihnen ermöglichen, Ihren Kaffee genauso zuzubereiten, wie Sie es wollen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.